Warum Zufo? Das sind eigentlich zwei Fragen. Und zwar einmal, warum sollte ich als Studentin zur Zufo kommen? Ganz einfach, es ist eine einzigartige Gelegenheit an einer Forschungskonferenz teilzunehmen, die man so als Student nicht hat. Man ist normalerweise im akademischen Betrieb Zaungast, wenn man nicht einen Abschluss hat, wenn man nicht eine Promotion hat, sagen einige. Bei der Zufo kann man ohne Abschluss teilnehmen. Und das ist eine einzigartige Möglichkeit, neue Impulse für seine Arbeit zu kriegen, eine Motivation neu zu bekommen und eigentlich das, wofür man ja an der Uni ist, zu forschen. Darum geht es. Und das ist eine der sehr, sehr wenigen Möglichkeiten, wo man das auch schon vor seinem Abschluss mal miterleben kann. Die zweite Seite. Warum ist es für uns super, eine studentische Konferenz zu haben als Uni, als Mitarbeiter, als Forscher? Und da ist die Antwort, weil es neue Ideen gibt und für Innovation braucht man keinen Abschluss. Und Studenten haben super Einfälle, super Anregungen, die sonst nicht so gehört werden. Und da ist es genial, dass wir endlich eine Plattform dafür haben.